Hallo ihr Lieben, Willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu einem neuen Video, genau. Was machen wir? Was in the Water Challenge. Das Wasser ist ziemlich kalt, ihr habt es vorher gesehen, ich habe Eiswürfel rein. Hast du das gefilmt? Ja, jetzt haben wir fünf Minuten nur gewartet bis zum Anfang und die ganzen Eiswürfel sind schon weg, aber es ist echt richtig kalt. Also dann sag mal, was machst du? Du machst die Leute da draußen nass. Ich muss nicht ins Wasser, ich habe die Sachen ausgesucht, darum kann ich nicht mitmachen. Es ist sehr kalt. Genau, ich bin aber bei der nächsten Challenge dran. Aber bitte nichts Ekliges reintun, gell? Ich finde gerade so glibber. Bei Papa weiß man nie, was der reintun immer. Brauche ich euch nicht sagen, was das ist. Wer als erstes redet, oder? Ja, bis der Begriff fällt. So. Fertig. Auf die Plätze, fertig, los. Und die Finger bleiben so lange drin bis... Äh, die Creme, Haarkreme. Nein. Haaröl. Was ist das? Maske? Äh, Katzenfutter, Katzenfutter. Was? Ich wollte sagen, Gesichtsmaske. Richtig. 1 zu 0. Meine Finger. Was? 1 zu 0. Ganz zum Schluss tauben wir sie denn rein. Nein! Ich habe mich heute geschwingt. Nein! Dann wird das Wasser dreckig. 2. Runde. Mille, du siehst nichts, gell? Wie ein Schummel. Mille hat früher immer geschummelt, wie sie klein war. Früher? Ja. Darum haben wir ja auch diese Brillen gemacht, weil... Die sind extra, ja. Mit denen kann man gar nichts sehen. Da sieht man nämlich nichts. So. Auf die Plätze, fertig, los. Wo ist es überhaupt? Geld. Nein. Gabel. Gabel, richtig? Ja, eher! 2 zu 0. Ich mache keine Challenge mehr auf diesen... Ach komm jetzt, hast du es mir davor hingelegt, oder was? Nein. Wie dann? In die Hand gegeben. Echt? Bei mir war es ja ganz da hinten irgendwo. So, jetzt wird es etwas schwierig. Ich werde hier narrern gleich, gell? Du brauchst gar nicht lachen, ey. Du brauchst gar nicht lachen, ey. Oder gehst du früher rein ins Wasser immer? Nein. Ist sie schon drin? Auf die Plätze, fertig, los. Was ist das? Ohrtropfen. Nein. Augentropfen. Nein. Deine Farbe zum Malen. Richtig. 3 zu 0. Ich habe eiskalte Finger und habe null Punkte. Ja. Ich meine, es war jetzt ernst, gell? Es war ja kein Spaß. Jetzt muss ich alle restlichen Runden gewinnen. Echt? Wie viel mal... Oh, ich habe eiskalte Hände. Also, gesucht ist ein spezieller Begriff. Was? Da kommt es jetzt nicht auf die Form an, gell? Sondern was es allgemein ist, okay? Ja. Wie jetzt? Auf die Plätze, fertig, los. Wo ist das denn, ähm, Squishy? Richtig. Ich habe es doch nicht einmal in der Hand. Ja, die sucht halt schneller wie du. Ich habe Angst, dass sie überschreit... Ja. 4 zu 0, das gibt eine fette Strafe. Nee. Nichts Strafe. Dieses Video wird ohne Strafe werden. Voll gut im Rat, ne? Fühlen bist du gut, ja? So. Ich habe eiskalte Finger. Fünfte Runde. Ah, Milly, deine Finger nicht. Es ist kalt. Ja. Bist du drin? Und die Plätze, fertig, los. Ich finde es nicht. Was? Die Batterie. Richtig. Ja, wo ist es denn? Ja. Keine Ahnung. Du hast es gar nicht... Ah, jetzt da. Sag mal, machst du das absichtlich, dass du meine in die Ecke rein tust, oder was? Nein, sie war nicht in die Ecke. Wer hat sie... Ich habe es genau in die Mitte rein geschmissen. Ahne, du wüsst es? 5 zu 0. Es war jetzt zum Heulen gerade, gell? Oh, meine Finger. Oh, es ist eiskalt. Kennt ihr das, wenn man erfriert so? Ahne, du bist so schlecht. So, also. Ups, ups. Auf die Plätze, fertig. Los. Würfel, Würfel, Würfel! Würfel, Würfel! 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 Ich hab alle kleinen Kante gehabt, oder gefühlt haben. Eine Lande. Die Jugend heutzutage, ich sag's euch. � Thank you! Würfel, good luck! Hade. Also, gesucht ist... ...der Begriff hier... Brrrr! Begriff! So! Ja, die Hände bleiben so lange drin bis der fällt, gell? Wie? Ein spezieller Begriff. Was? Hade. Ein... Auf die Plätze fertig los. Creme, Duschgel, Shampoo. Nein. Handcreme. Nein. Ketchup. Creme, Creme ist dabei in dem Wort. Handcreme. Nein. Gesichtscreme. Körpercreme. Haarcreme. Nein. Was dann? Shampoo Creme. Creme vorne hin. Was? Creme Foundation. Creme Shampoo. Nein. Creme. Ey, ich gehe wieder Creme. Creme Dusche. Ja, Creme Dusche was. Oh, du bist ja so gemein. Warum sage ich Ketchup? Haben wir hier so eine Ketchupflasche daheim? Ey. Ich habe mich gerade geschmückt. Masken ab. Oh, Mama. Ich muss erst jetzt schauen, ob das wirklich richtig ist. Alles, was du da rein hast. Brutal. Also, Strafe jetzt. Na, Wasser hier jetzt. Was? Eintauchen. Na, Mille. Ich bin... Deine Daumen. Ich habe mich heute... Schon wirklich so... Ah! Sie hat nasse Hände. Mille. Bitte nicht. Mille. Mille. Bitte nicht. Bitte nicht. Leute. Ich habe einen Empfehlung. Ich habe einen... Vorschlag. Was könnte ich da machen? Ähm. Ich trinke aus dem Wasser. Wo deine Finger drin waren. Ihhh. Ist das besser? Das ist Wasser aus dem Gartenschlauch. Ich trinke es. Plus Eiswürfel. Mille, bitte nicht nass machen. Bitte nicht nass machen. So. Also. Ich trinke aus dem Wasser, wo meine Tochter ihre Finger drin gehabt hat. Und Spucke rein. Mille. Ich mach das bei euch zuliebe, gell? Damit das Video auch... gut wird. Alles. Äh. Mille. 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 So. Mille. Ich bin natürlich wie immer die Gewinnerin. Weil ich dazu gut bin. Aha. Wie immer, stimmt. Das regt mich heute grad so auf. Egal. Das wars mit dem Video. das wars mit dem Video auf. Untertitelung. BR 2018